So, als nächste epische Herausforderung müssen wir von Phase 2 von 4 Gegner mit mindestens seltenen Waffen, also mindestens blau eliminieren. Alles was drüber ist, ist besser. Sprich blau, violett oder wenn man es denn kriegt, Gold. Könnte man eine Gruppenkeile machen, ich probiere das aber mal in Solo. So, ich vergaß. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So. Das hat eh geschehen, zwar. Komm. Doch. Wir holen das mit. Check, wir haben jetzt lieber. Weitere halt statt. Ah, da drüben ist ein blaues Sturmgewer, ich glaube, das hole ich mir. So. Ach, guten Tag. Das wollte ich doch alle gar nicht hier. Wieso kriege ich wieder an auf die Fresse? Man, ich will ein paar Herausforderungen machen, Jungs. Auf den Zeiger. Also ich vermute die Vorausforderungen backen. So, weg. Ende Gelände. Peng. Ich nehm mich der Füße jetzt hier. Damit ist der Eliminierungsauftrag mit seltenen Waffen oder mit mindestens seltenen Waffen erledigt. Ich sag danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. So, das war der dritte Kill mit... Oh, das war die, ich weiß. So, da war er premier. Vielen Dank.